Hallöchen und somit auch wieder mal herzlich willkommen zu einer Folge Dark Orbit Reloaded das hatten wir schon lange nicht mehr und ja heute wieder mal unterwegs im QI-Park geht richtig das QI-Park geht ja da bin ich mal heute unterwegs ich habe mir gedacht ja das machen wir jetzt mal schnell durch in der Hoffnung dass wir vielleicht am Ende 200.000 Dury kriegen das wäre doch sowas was von cool wie sowieso alle ich kriege die nicht ge... Alter was ist da los gehen die da mit Kamikaze kaputt das weiß ich jetzt nicht das werden wir gleich erfahren nö zweimal Kamikaze aber sie werden auch nicht so viel kaputt dass sie weg fliegt egal machen wir das einfach mal schnell und ja heute mal auf jeden Fall mit Speedrun hier ein QI-Park geht durch und wir wollen sicher nicht Bestzeiten machen weil ich möchte keine RSP aufskippen weil ich schaffe es eh nicht in die Top 10 das größten Gates der Welt aber liebe Leute wir machen einfach mal dieses geht so schnell wie es nur geht und dann schauen wir mal was wird das Belohnung rauskommen also ich hoffe ich bekomme die 200.000 Durydium wäre zwar echt geil aber so wie ich mein Glück jedes Mal aufs Neue kennen kann ich das vergessen und werde es wahrscheinlich zu 200 Millionen Prozent nicht bekommen ja es ist richtig scheiße aber so ist das halt ich weiß das auch so die Geschichten kennen wir schon die brauchen wir nicht durchnehmen wir haben das QI-Park geht ja schon einmal gespielt nur jetzt machen wir das heute nochmal auf schnell durchgang nochmal durch in der Hoffnung dass ich vielleicht meine 200.000 Durydium bekomme das wäre so geil 200.000 Durydium und ja liebe Leute die Tage waren jetzt wieder Rabatte wir springen gleich aus und geht genau das QI-Park geht ist ja dieses dieses Linkshändler geht oder was weiß ich da ist ja das zum weiterjumpen was sonst bei der Kammer überall lieber jeden geht gleich ist ist das auf der anderen Seite das ist das ist der Kopfgeleger was soll das der will sicher eine Questa machen die lasse ich ihm sicher nicht machen so liebe Leute 1-1 gesarbeitet auch noch ich bin deswegen rausgesprungen ich habe gewusst da ist jetzt einer auf 1-1 ich bin rausgesprungen deswegen kurz rausgesprungen kurz ein bisschen die Map verteidigt und dann wieder zurück es geht ja wohl so muss das was steht es so geht das natürlich alles viel viel einfacher liebe Leute so geht das alles so schön einfach nur ich könnte heulen ich könnte einfach nur heulen langweilig 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 uber uber streuner die haben raus was da nur los mit die uber streuner und da explodiert alles ich habe absolut keine Ahnung was hier so zu sich geht machen wir mal mehr Schaden machen wir mal mehr Schaden und so ein paar Formation ja liebe Leute jetzt auf jeden Fall die Tage war wieder ein bisschen ein Rabatt hier im Handel habe ich gesehen er Protokolle und so Müller hat sich prozentual richtig gesteigert habe ich gleich zugeschlagen habe ich mir gleich mal wieder ein paar Radar Protokolle und glaube ich nur 10.000 Uri das Stück gekauft vielleicht nicht ganz voll auf zwölf Stück aber ein paar mal wieder dass ich den nächsten Aliens oder Eismituriten schon ein bisschen näher wieder sehe dass ich nicht so weit über die Maps fliegen muss und man die überstrahlen die hauen mich da eigentlich ganz schön runter und der Arsch starte eigentlich auch mit seinen Raketen ja da habe ich auf jeden Fall bis zugeschlagen es ist auf jeden Fall wieder sehr viel prozentuales hier im Orbit also zuschlagen 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 Leute solange das Angebot noch da ist weil wer weiß wie lange noch alles da ist deswegen auch zuschlagen und hinschlagen und sonstiges aber die Geschichten kennt ihr ja oder oder nicht vielleicht vielleicht aber auch nicht ich würde sagen schon ja oder nein na gut da kommt noch was sie ist noch nicht zu Ende oh wow wow die tun weh die tun weh so die nächsten gleich mal ja cool aber geht ansonsten ziemlich langweilig nee ich bin eigentlich nur ganz neugierig wieder auf die Endbelohnung die ist ja immer am endgeilsten die Endbelohnung die ist so geil vor diesem Gate weil 200.000 Uri die oben ich werde sie sowas davon bekommen ich weiß das wenn ich sie nicht bekomme ich einfach nur angepisst und bin ich angepisst bin ich mal so richtig angepisst und wenn ich angepisst bin dann bin ich mal so richtig angepisst aber ja schauen wir mal lassen wir sich überraschen ich bin immer mal ein überraschender Typ das am Schluss immer sich überraschen lässt natürlich im guten Sinne überraschen lasse na komm schon Platz jawoll und da geht es weiter das geht so diesmal springen wir richtig zweites mal machen wir diesen Fehler garantiert nicht mehr aber zu 999 Prozent absolut nicht mehr und ja irgendwann die Woche glaube ich soll auch noch die Ehre Event Booster wieder kommen ich lasse mich wieder überraschen aber ich mache mich wieder ein bisschen an die Hades geht's ran wie wann wo was warum weiß ich noch nicht aber das interessiert mich nicht ich wollte das irgendwie gerade ein bisschen reimen wundert es euch nicht warum ich heute schon wieder so blöd bin oh das sind schon wieder bar machen wir das mit Falte ich glaube mit Falte geht das doch wesentlich bequemer oder oh nein bleib stehen bleib stehen Pappnasse da oben ist glaube ich wieder der Raketenhoney oder der Healhoney irgendeiner von den Hines ist da der Healhoney die machen wir mal schnell weg zum Glück hielt er nicht sich selbst und selbst wenn ich glaube wir machen so viel Schaden das ist ihm wurscht ja ich bin gerade überhaupt wieder am LF4 Level fällt mir gerade zu ein ich habe letzt mal versucht so ein bisschen für meine Pad weil der hat ja noch nicht alle LF4 auf 16 ja lieber Leute ich bin nicht so der URAPRO Gamer und Banker und Money Rich Bitch da dass ich mir das leisten könnte da alle Leser auch gleich auf 16 zu leveln nein ich glaube ich habe nur 35 nicht 45 die in der Pad haben immer gefehlt aber jetzt habe ich mich so ein bisschen drangesetzt aber ich hoffe dass das jetzt bald diese Upgradings vor wieder kommen weil dann kann ich richtig zuschlagen mit den Prozenten dann wird das mal richtig billig und dann kann ich vielleicht auch wieder ein bisschen was nachholen wenn ich wieder ein bisschen stärker weil es ist doch ein bisschen was schaden was dann wieder zusammenkommt mit der Pad also dann kann man vielleicht doch wieder ein bisschen mehr Feitschaden rausholen wenn man Feiten ist und die Pad auch noch mit am Feiten ist so das sind wie diese oh das sind jetzt noch Postgresive Lohne was geht hier ab ich kenne mich nicht aus was ist hier nur los was ist das nur für eine kranke Map wo so viele verschiedene Aliens sind ich kenne nur Alpha Beta Gamma Alpha Beta Gamma wo seid ihr nur hin das war so schön mit euch Alpha Beta Gamma wo seid ihr nur hin angestehends alle draußen Gamma habe ich sogar nur ein Leben liebe Leute ich habe wieder richtig verkackt beim letzten Mal na ich habe das für die Quest noch gemacht diese richtig schwierige Quest die da war mit diesen Streunern da da muss man ja Streuner töten äh Schaden zufügen ohne Streuner ah Streuner Lodak hier Schaden zufügen ohne ihn zu töten äh das habe ich mit der äh mit dem Gate gemacht und muss sich dort zu überleben opfern beim ersten Mal hat es nicht geklappt beim zweiten Mal hat es geklappt und dann muss ich auch sterben weil ich durfte ja keins töten so konnte ich die Welle nicht fertig machen ha aber ja ich glaube es gibt dann noch irgendeinen Trick den habe ich jetzt gerade vergessen und selbst wenn ich ihn wüsste würde ich ihn euch nicht erzählen ha ich bin wieder fies heute drauf ich weiß jetzt gar nicht mal wie ging der ähm ähm schießen schießen ah ne absolut keine Ahnung nö ohja ohja ich glaube ich glaube wenn man äh ein Streuner ist wenn man mit einem anderen in die Gruppe geht der andere den Streuner äh Streuner den Lodak hier einmal anschießt und und also weiß ich nicht der andere Gruppenmitglied äh irgendeiner aus der anderen Firma oder irgendein anderes Gruppenmitglied glaube ich oder ne gar nicht in der Gruppe sondern einfach nur einer so irgendeiner muss den anschießen und du schießt dann gleich mit der RSB drauf dann hast du den kompletten Schaden gleich fertig wollte sie mich verarscht da kommt jetzt noch in der Welle ey habe ich jetzt nicht schon genug gelitten ich habe doch schon genug gelitten oder nicht müsste mir immer so eine Qual der Wahl antun achso ja die Flinger ich dachte der fliegt jetzt rauf in die Ecke obwohl ich nicht mal in der Nähe dieser Ecke bin nee wir fliegen jetzt wieder weiter runter uch der ist schon wieder weg uch das sind ja zwei heller scheiße schnell wieder davon schnell wieder davon schnell wieder davon aber sie sterben eh ziemlich schnell mit Falter das geht nur für die guten Spieler auch für die schlechten die schlechten glaube ich kriegen das auch hin ja wenn ihr da müsst ihr nur auf Distanz fliegen aber ich glaube eine Ruhe zappen naja auch nicht zappen man bekommt es auf jeden Fall mit jedem Schiff hin es ist halt dann nur eine Ausdauer Länge die sich dann die Länge zahlt also es kann dann einfach nur mühsam werden machen jetzt Schaden auch noch ein gewissen Zeiler oder die dürfen nicht Schaden machen die stehen jetzt nur cool da ich und die Streuner Spezialisten wir sind die besten Pros wir sind halt ebenso cool oh da oben war es noch alle die Wellen sind echt zu lang und dann werde ich noch einklaren was da los was da los was ist da los was da los oh ich schreib nicht mal oh da ruckelt es gleich mal wenn ich den Chat anhabe alter der soll auf da hören zu hacken oh oh jetzt scheint nicht gleich zu alter wegen dem leck die Gru wegen dem seiner Gruppe leckt das geht jetzt was soll die Scheiße alter wegen dem leckt sie jetzt der kommt in meine Gruppe und es leckt ja aber es leckt Wege wir haben auch das Gruppenfilz dazu ja hast du recht ich wenn ich schreib oh da schreib ich ihm und dann oh Raketen was da los da hauen sie gleich ab da hauen sie gleich ab da hauen sie gleich ab oh rum gehen ich bin schon wieder viel zu gemein heute nein aber schau jetzt geht es wieder flüssig Gruppe alter Scheiß Drecksfenster umsonst hier im Gate na tut mir leid ganz ehrlich ich wollte nicht dass du gehst Kriegsbeater das war nicht ich wollte nicht gemeint sein das war auch gar nicht so gemeint so das es leckt so wegen dir aber nicht dass du hättest gehen sollen aber wurscht egal kann man jetzt machen so Steuerer Spezialist und ich mache heute nur ein Kuiper geht ich habe zwar mehrere stehen aber ich werde nur eins machen weil ich habe nur äh insgesamt da die 30 35% Ehre Booster da so 20 da Shift 10 und noch Design 5 und ja also Drohinformation und ja Booster nicht also ich werde nur eins machen weil ich gerade Bock habe eins zu machen zweitens ähm mir fehlt noch diese Drohinformation auch diese mit diesen 20% mehr Ehre diese 3D Formation die muss ich mir auch noch holen und dann ja dann geht es auch schon da rund so wir haben jetzt ich glaube das ist die letzte Welle hier ich glaube was anderes kommt gar nicht mehr die Mauer ist das letzte mit den Geschützen in der Mitte genau die Geschütze sind da alles fit alles fit alles 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 fit Geschütze hier Geschütze da tralalalalala eingeschützt kaputt wir floren hey das gemeint das strahlen das wäre cool wenn sowas auf der Map stehen wird irgendwie da könnten es doch noch was tun also in der Korbin ist doch noch so viel machbar das glaubt man gar nicht was da noch alles machbar ist aber es einfach nicht wirklich getan wird man kommt mich mich nervt dieser Durchgang da der irritiert mich in 3D sieht es sicher noch krass das ich glaube ich habe das schon überhaupt in 3D gespielt ich weiß gar nicht ich glaube Kulpa geht euch bis jetzt nur in 2D gespielt so da ist wieder einer dieser fetten Heiler dieser unnötigen fetten Heiler die werden jetzt einfach mal auf die Seite geschossen oh da ist wieder eine Rakete eine flinke Rakete und da oben wieder mal ein super duper nerviges rotes Geschütz glaube ich oder ja ein Geschütz naja wir halten uns eigentlich gerade recht gut weil ich sehe hier gerade so von der Zeit von der Aufnahme her und es geht eigentlich in der Zeit so machen wir es eigentlich eh schon das ist optimal ich glaube letztes Mal habe ich länger gebraucht aber da habe ich auch viel mehr von der ganzen Story hier gelesen komm schon komme ich dahinten nice jetzt keinen Bock gehabt da auf der andere Seite deswegen zu fliegen so war es das schon? ich sage nicht das war es schon da ist noch irgendwo ein roter Punkt ach da unten ist noch ein roter Punkt ich habe mir das jetzt schon gedacht das kann nicht das geht gewesen sein das war letztes Mal länger aber naja oh wieder ein Geschütz oh na komm blöder Strahl alter verarschen dann sagt man das Ding ein bisschen leer ich brauche ich Schild ich weiß ja nicht wie es bei euch aussieht mit Schild aber ich brauche es ja ansonsten so mit Zebrum Schicken wieder mal der Nico immer brav da habe ich fast 2 Millionen auf den Lasern ich hasse die Leute die die damals diesen Bug ausgenutzt haben mit den Schicken von Zebrum oder so und das Endlos gemacht haben das sind solche Säcke die haben da glaube ich noch Millionen drauf ich nicht ich habe nur 2 Millionen brav immer von Schicken hier haben 9000 so alle 3 Tage kann man ja glaube ich 9000 Schicken der ist alles voll im Skylabor ich mache da mal eine Kamikaze rein ja bis die Kamikaze geplatzt ist habe ich die auch per Hand alle geschossen die Kamikaze braucht in letzter Zeit auch ein bisschen immer länger die enttäuscht mich auch schon langsam und dann sind da auch noch 2 Ubersibelone ich glaube ich habe gar nicht mehr eine Sibelone für irgendeine Quest ne die haben wir ja schon gemacht gell diese mühsame Kack-Quest ne da hier zerstört Bosslattacke fehlen wir noch ein paar Uberlattacke auch noch da fehlen wir nur noch 5 Leon Alter wir haben halt richtig viele Quests wieder fertig wow ich bin von mir beeindruckt schon wieder was ich schon wieder auf die Reihe alles kriege ungewollt natürlich das will ich ja gar nicht so schnell alles machen aber ihr kennt mich ja ich mache das doch gerne ich bin darin immer super duper doll super duper doll super duper doll 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 oh der Ubersibelone der geht jetzt mal ordentlich drauf der kriegt jetzt ein fettes Kamikaze ab oh die haben auch Kamikaze abbekommen die kleinen ich werde die mal lieber beseitigen weil die werden wir jetzt ein bisschen ja erstens mit dieser Rakete geht mir der schon wieder auf den Sack so ich hoffe das war es jetzt vorerst ich weiß nicht was da runter fliegt oh wahrscheinlich irgendeiner ja zu den Heilern wird da runter fliegen weil die Ecke ist ja da näher also müsst ihr ja theoretisch rauf fliegen also wär das dein Sekunde heilere ja der bewegt sich hier mit dem nahe schießt die Lugussi lohnt dann noch schnell zu Ende und ja liebe Leute das mal 4 was ich wieder habe ja ich sehe wie sicher die Kommentare du hast zu viel mal 4 du verschwendest hast du es ja mir schnurrt es eigentlich es geht gar nicht mehr runter in letzter Zeit wenn ich wieder geht es zocke es geht eigentlich bleibt dauernd im Plus Minus Bereich also es verändert sich gar nichts ich glaube es geht sogar ein bisschen hoch aber ich mache das nur für euch um für euch eine kurze Folge eigentlich zu machen also kann es ja den ein oder anderen auch egal sein ja für die Leute ich zeige euch nur wie schnell was geht nee das wollen wir nicht aber ich habe echt keinen Bock eine Stunde in eine Folge ich meine ich könnte das Geld mit mal eins auch schießen nur ich glaube ihr wollt gerne 2 Stunden Folge anmelden ja dann schreibt es jetzt in die Kommentare viele Leute werden ich wahrscheinlich dafür hassen ich mich wahrscheinlich auch weil ich tue mir das nicht mehr an die guten alten Zeiten mit mal eins schießen wie Gamma Krisus 3 Stunden vor 3 Jahren der Gorbit das war noch eine andere Zeit aber heute da gibt es das nicht mehr ich habe sogar bald 4 Jahre ich rechne da schon naja warte mal ich bin jetzt schon 5 Jahre dabei also da kann man das schon dann irgendwie rechnen ja das geht jetzt fertig ich glaube das geht jetzt fertig Leute nein da unten ist noch was das geht jetzt noch nicht vorbei geil die scheiß roten Punkte sind so klein das sieht ja kaum wer wer guckt denn da runter ha oah das Raketen jedes Mal so wenn du jetzt aber tot bist dann muss es vorbei sein oder ich glaube nein es kann nicht vorbei sein es kommt sicher noch was naja da oben jetzt kommt da oben wieder was ich habe es gewusst sie ist nicht die letzte Welle ich kenne mich da ja schon aus ich kenne mich da schon aus jetzt muss ich richtig gemeint sein und einfach die Folge beenden für euch kurz vor der Belohnung einfach mal so 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 Ende rein und das soll ich einfach nicht sagen vielleicht beim nächsten Mal so in der Folge euch jetzt einfach nur zappeln lassen für die die gerne wissen wollen würden ob's ach komm schon blöde Mauer aber nee so einer bin ich nicht da euch die Belohnung verschweigt was am Ende rausgekommen ist he 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 so gemein bin ich ja nicht oder vielleicht doch wer weiß es ich auf jeden Fall nicht nee ab auf jeden Fall haben wir das Coolpaket glaube ich jetzt bald abgeschlossen ich glaube es kommt dann sogar noch ein Gate zum Durchsprung ich weiß noch nicht ich darf mich da mal überrushen ich weiß es ja schon selbst nicht mehr da müsste ich selbst sogar mal nachschauen weil ich absolut gerade keine Ahnung habe wie viele Wellen das Coolpaket hat so dann schaue ich mal kurz ich bin gerade mal kurz im Internet und gucken ja das ist okay das ist schon mal das geht so dann gibt es jetzt gleich nochmal das ist Map Map Nummer 4 genau und jetzt kommt Map Map Nummer 5 äh und in Map Nummer 5 kommen jetzt noch äh Streuner Rocketier ich schalte mal lieber an ich bin mir nicht sicher ne äh 6 Streuner Rocketier Streuner Emporer Streuner Turrets kommen gleich 2 Ubers oh ne das hatte ich doch schon ne ich bin ich bin grad verwirrt Leute ne da kommt noch was genau da kommen nochmal 2 Ubers sie belohne sehe ich da ich hab grad gedacht das kann nicht sein nochmal zur Uberset die Welle hab ich doch sehen nicht grad gehabt ne es kommen wieder 2 Uhr sie belohnen der Welle boah voll rein aber 6000 Scharen wenn ihr interessiert was ist da jetzt Welle 41 da ist sie schon da unten kommt wahrscheinlich noch an ich liebe die die irgendwie die gehen so schnell kaputt die sind einfach nur so endgeil so was ist da mich haltet da nichts auf eure blöden Bomben Raketen sind mir da sowas aus von Wurscht oh mein Gott jetzt sinds mehr einfach im Kreis fliegen easy vielleicht auch gleich noch die Rakete mir egal mein Schiff hält das aus da sind die Explosionen mal wieder ein Porerstreuner was willst du oh alter das war grad oh dieses wenn das Schiff nicht in der Mitte ist das ist so komisch oh da kommen jetzt noch die Ubersetel ohne was glaubt er dass er mich da jetzt einfach mal so enttäuschen kann oder was weil er mich da einfach mal lenkt oh 6000 Uhr wie wär das nicht grad schön ach so geil haben die Heiler auch ja oi da unten ist ein Heiler weil noch keiner runtergeflogen ist ja der kann heilen was er will ich mach mehr Schaden als was er heilt der verletzt mich sogar wieder die Stimme so viel heilt der nicht was ich Schaden mache oh jetzt kommt nochmal alles so richtig da her die Ubersetel ohne die zwei Stück oh sind die wieder mühsam was ist denn da los mit deiner Rakete kannst du die mal verpissen irgendwas Rotes ist da oben noch fliegen wir mal langsam hin und ich zieh nochmal schnell die Ubersetel ohne oh ne da kommt noch mehr ich dachte jetzt wärs das gewesen aber so leicht glaube ich gibt sich da nichts auf oh ja da ist das Auto Turret vor dem gesprochen worden ist oh komm schon das Auto Turret vor dem geh ich jetzt mal weg und schieß jetzt mal die die Strahle dann noch zu Ende die schießt man jetzt noch zu Ende koste es was es wolle und ja wieder für die Leute die sich gewünscht haben eine extra lange Folge ich sehe es gerade wir sind eigentlich gerade recht gut für die Mittagzeit also sprich einfach mal überlang mach man nicht oft aber in letzter Zeit glaube ich mache es schon ein bisschen zu oft aber nur für euch Leute gibt es lange Folgen da ich ja doch nicht die Woche es immer so oft schaffe zwei Folgen oder noch mehrere hochzuladen mach man immer lieber eine längere auch mal kurz Kommentarierung wie ist das wollt ihr lieber mehrere kleinere einzelne Folgen die Woche oder wollt ihr lieber eine große so irgendwie für die ganze Woche gleich schreibt es in die Kommentare ich meine übertrieben lange habe ich auch keinen Bock es zu machen weil das ist dann schon wirklich mühsam wenn es dann eine Stunde ist und dann ja die meisten kommen nicht gerade dazu sich das die ganze Stunde vielleicht gleich auf einmal anzugucken oder wenn sie sich später angucken wissen sie nicht verstehen geblieben ist das kann ich schon verstehen aber wenn ich sage so ich mache jetzt so eine halbe Stunde Folge oder so ob das passt als wie meine 15 Minuten oder 20 Minuten ok 20 ist eigentlich ja bei 20 ist 30 auch nicht mehr so weit weg wenn man 20 Jahre alt ist sind die 30 auch nicht mehr weit weg aber ja ich bin da immer optimistisch meine Weisheiten halt mal wieder meine Weisheiten des Lebens ihr Niko ihr Pirater für ihr Leben du kleiner Bastard du schießst du mit Raketen mit denen du gar nicht schießen darfst ich brauche diese Raketen vielleicht komme ich auch naja ich weiß gar nicht dazu wie ich dazu komme einen Kronos aufzustellen Kronos ist nämlich verdammt arschteuer aber ich glaube vielleicht komme ich dazu es für euch einmal aufzustellen mit diesem Kronos Verdoppler muss ich noch gucken aber ich glaube vielleicht könnte es was werden so jetzt diese ganzen Heilschiffe da ist wieder so eine so eine blöde Rakete ich hasse die aber die machen nicht so viel Schaden also eigentlich stört es mich eh nicht aber ich weiß es nicht ich kriege irgendwie Angst davon aber ihre 6000 Schaden naja ok jetzt reicht es jetzt verpiss dich da mal ein Schuss vor den Ubersibullo und ich bin weg machen die auch dann noch Schaden oh die machen noch Schaden weg 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 Alter wie viel kommen denn noch Prrrrrr längsten Wellen überhaupt schon wieder mach mal ein bisschen mit Zap mit Zap ist dann gar nicht so schlimm Mit Zapp bleibt mir sogar Schild übrig. Das Streuner-Turret bleibt da auch noch immer draufstehend, ich bin froh, dass das nicht rumfliegt und mir Insider Marsch geht, beziehungsweise bin allgemein froh, dass mir überhaupt nicht irgendwas mit Richtungswechsel hinterherfliegt und am Marsch geht. Alle die Ubers Streuner, Ubersibel ohne sind doch ganz schön schnell, das muss ich jetzt schon mal ehrlich sagen, die haben da doch eine Geschwindigkeit drauf, ich glaube die haben sicher Promérum auf den Speed-Generatoren drauf, weil was die für eine Geschwindigkeit da hinlegen, das ist wirklich schon abnormal. So, ich hoffe das war's jetzt, dritte Welle von diesen Dingern schon, ich hoffe das war's dann endgültig, jetzt werden dann nur noch diese fetten kleinen Highlighter da einfach mal ordentlich zerschossen und dann reicht's mir jetzt auch und dann noch schnell die Siebel lohnen und dann haben wir's jetzt aber hoffentlich und dann natürlich das Streuner geschützt, auch vor allem jetzt versuchen wir noch in die Mitte da irgendwie uns hinbewegen, ja, weil sonst bringt sich das ja eh nichts. Wollen wir sich mal ein bisschen näher dorthin begeben. So, jetzt fangen wir an mit die Ubersibel ohne. Liebe Leute, ich glaube wir haben jetzt das geht gleich geschafft, noch zwei Ubersibel ohne ist das geht endgültig fertig, also sprich die letzten zwei Minuten meines Lebens, die ich hier in diesem Gate verschwinden werde. Ich hab dann noch ein Stehen, ich hab die nämlich paar Mal aufgestellt, diese geht's ja eigentlich nur zweimal, ein paar Mal, ein paar Mal, wer versteht's? Schreibt's in die Kommentare. Komm, komm, stirb, 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 Ubersibel ohne. Alter, wenn die mich jetzt umbringen, kurz bevor der erste Down ist. Dann kann man durchdrehen. So, einer ist tot, Alter, mit meinen Heatpoints gehöre ich ja normalerweise schon wieder geschlagen. Was ich immer für ein Risiko da... Alter, zwei, zwei, zwei Angriffe vor denen und ich bin weg. Wenn er mich zweimal trifft, bin ich weg, aber ich riskiere das, Leute. Ich schaff das, ich bin guter NPC Schießer. Ich hab da ein gutes Auge dafür, für den Abstand. Der Obersibelone, der weicht nicht zurück. Der kennt keine Ecken. So, wollen wir dann noch, wenn sich unser Schiff hier schon rappt? Auch noch mal kurz per Trap, geht das auch noch? Ja, sicher, hau mal rein, bitteschön, dankeschön. So, liebes Streuner Turret, vielen Dank, du bist der letzte Mal wieder für ein langweiliges Kuiper geht. Also, ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen, liebe Leute, wieder in diesem lang geht. Danke, dass ihr so lange für mich mit mir durchgehalten habt. Und ich glaube, jetzt war es das. Jetzt gibt es eine Belohnung. Und ja, ich kann euch das nicht antun. Und es wird auch nicht so bleiben, dass ich jetzt einfach mal nichts weiter jump und irgendwann mal so abhole. Fünf Gründen. 15.000 Durydium! Leute, ich kann nur 15.000 Durydium erhalten! Ich bin angepisst. So, Drecksgate werde ich nie wieder machen. Das war es sowieso das letzte Mal. Außer das andere, was ich noch stehen habe. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, reingehauen und wieder schauen. Bis zum nächsten Mal.